Voraussichtlich wird Donald Trump heute die Verlagerung der Botschaft, ein Zeitplan für die Verlagerung der amerikanischen Botschaft aus Tel Aviv nach Jerusalem vorstellen und damit einhergehend im Grunde die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt deklarieren. Auf jeden Fall wird Trump heute einen extrem wichtigen 180-Grad-Schwenk in der amerikanischen Naust-Politik verkünden, der in einer Änderung des Verhältnisses zu Jerusalem bestehen wird. Nämlich, dass man mehr oder weniger in der einen oder anderen Form Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkennt, anerkennt, was die Israelis seit Jahr und Tag fordern, die Palästinenser seit Jahr und Tag ablehnen. Die Reaktionen sind natürlich voraussehbar. Die arabische und islamische Welt, Schreizitter und Mordio, lehnt das in Bausch und Bogen ab. Die Europäer bleiben bei ihrer Politik, die sie auch seit Jahr und Tag fahren. Sie sagen, das muss innerhalb einer Verhandlungsregelung zwischen Israelis und Arabern geregelt werden. In Israel ist natürlich die Freude groß. Das ist eine ganz wichtige Forderung, die erfüllt wird. Donald Trump löst ein Wahlversprechen ein. Aber was er vor allen Dingen tut und was ganz wichtig ist, er erkennt die Realität an. Wir haben eine Situation in und um Jerusalem, dass diese Stadt de facto die Hauptstadt Israels ist. Es sind dort Tatsachen geschaffen worden in den vergangenen Jahren, die sich nicht wieder auflösen lassen. Zudem gilt es einfach zu verstehen, dass es eine 3000 Jahre alte Beziehung des jüdischen Volkes zu dieser Stadt gibt, die man nicht einfach durch eine Teilung außer Kraft setzen kann. Auf dem Boden Israels wird es vermutlich zu Ausschreitungen, zu Gewalt kommen. Das hängt schlicht damit zusammen, dass die palästinensischen Araber wenig andere Möglichkeiten haben zu reagieren. Das hängt auch damit zusammen, dass die politisch Verantwortlichen der palästinensischen Araber immer in solchen Situationen zu Gewaltaufrufen greifen, die im Wesentlichen auch befolgt werden, die dann aber den Effekt haben, dass die palästinensische Situation eben durch diese Gewalttaten eher geschwächt als gestärkt wird. Möglicherweise wird das Ganze auch dazu führen, dass es weitere Zerwürfnisse im Verhältnis zwischen den Amerikanern und Europa geben wird, sobald das überhaupt noch möglich ist. Die Iraner haben bereits mit schweren Konsequenzen gedroht, flankiert mit den üblichen antisemitischen Äußerungen, die in Richtung einer amerikanisch-zionistischen Verschwörung gehen. Das kennt man aus Teheran. Andere arabische Länder werden vermutlich aber sehr gemäßigt sich verhalten, vor allen Dingen die Saudis, die sich in den vergangenen Jahren und den vergangenen Monaten etwas an Israel angenähert haben und die von den Amerikanern auch als enge Verbündete gegen den Iran betrachtet werden, der für viele arabische Staaten natürlich der Hauptfeind ist. Und wenn sich der Iran an die Spitze einer solchen Bewegung stellt, könnte das für die Araber ein Grund sein, sich etwas zurückhaltender zu verhalten. Allerdings im Nahen Osten, in der Politik des Nahen Ostens ist es immer so, dass man erst genau weiß, was passiert, wenn es denn passiert ist.